Hi Tim! Wow! Heute hast du dich aber schick gemacht. Hast du noch was Besonderes vor? Hallo Mila! Ja, meine Oma hat heute Geburtstag. Da fällt mir ein. Ich wollte dir ja noch erklären, was Adjektive sind. Ja, aber was hat das denn jetzt mit deinem Aussehen zu tun? Sehr viel sogar. Adjektive sagen dir nämlich, wie etwas ist oder aussieht. Also mit Adjektiven kannst du beschreiben, wie ich gerade aussehe und wie du mich findest. Pass mal auf! Damit du das besser merken kannst, erstellst du dir am besten ein Merkblatt. Und vergesst nie, Adjektive schreibt man klein. Alles klar, das habe ich soweit kapiert. Und welches Adjektiv würde zu mir passen? Hm, ich würde sagen, cool!